Am heutigen internationalen Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher fand am Steintorplatz eine Mahnwache statt. Im Bereich rund um den Hauptbahnhof steigt die Anzahl der Drogenkonsumenten stetig. Mit einer Schweigeminute wird den Drogentoten des vergangenen Jahres gedacht. 96 Menschen sind 2022 in Hamburg an den Folgen des Konsums illegaler Substanzen und den Langzeitfolgen verstorben. Bundesweit waren es sogar fast 2000 Menschen. Ein Anstieg von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seitens der Bundesregierung will man dem steigenden Trend entgegenwirken. Wir haben auf Bundesebene jetzt gerade eine gesetzliche Grundlage geschaffen für Drugchecking in Deutschland. Ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Schritt ist, dass Menschen möglicherweise ihre Substanzen auch testen lassen können auf Beimischung, auf Reinheit, damit es nicht so einfach zu Überdosierungen kommt, wie das jetzt häufig der Fall ist. Auch der Übergang zum Beispiel von der Haft wieder in Freiheit ist leider ein Punkt, wo viele Menschen an Überdosen versterben. Auch da müssen wir als Politik gucken, wie wir da besseren Übergang hinbekommen. Und dennoch, im aktuellen Entwurf des Haushaltsplanes seien Kürzungen in der Suchthilfe geplant, heißt es seitens der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen. In ihren Augen ist der Anstieg der Drogentoten Staatsversagen. Hamburgs Beratungsstellen seien am Limit, benötigten dringend mehr Unterstützung. Wir fordern insbesondere einen Ausbau der niedrigschwelligen Angebotsstrukturen sowie eine Sicherung der Finanzierung der Suchthilfe in Hamburg. Denn Suchthilfe hilft. Letztendlich wird durch den Ausbau der Versorgungsstruktur und den Ausbau der Hilfemaßnahmen langfristig auch eingespart auf Bundesebene, da die Menschen einfach aus dem Hilfesystem irgendwann rauskommen und keine dauerhaften Kostenfaktoren auch darstellen. Besonders alarmierend sei zudem, dass fast jeder Abhängigkeitskranke Opfer von Gewalt oder sexuellen Übergriffen in der Kindheit geworden sei. Auch hier bedürfe es besseren Präventionsmaßnahmen, um die Zahl der Drogentoten nicht weiter ansteigen zu lassen.